So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ich bin jetzt gerade Samstag frisch zur Tür reingekommen, nach Hause, hab noch ein Paket weg. Hab ja schon gesehen, dass vor ein paar Tagen dieses Farbfestival angekündigt war. Konnte keine Nacht mehr ruhig schlafen, weil wenn ich nicht zu Hause bin, kann ich ja keine Infovideos machen. Jetzt bin ich da, bin wieder mal der Letzte, der ein Infovideo macht. Adi versteckt sich in der Box, Pupsi ist am Start und wir wollen gleich das Wochenende einleiten. Aber vorher noch natürlich diese Info für euch, denn was gibt es in dem Event und auf was freue ich mich in dem Event? Manche interessieren sich ja nicht nur für die Infos, sondern auch für meinen Senf dazu, was ich von dem Event halte und was meine Ziele sind. Auch im Jahr 2023 findet das Farbfestival statt. Mega Meditalis und Knirrfisch erscheinen zur zweiten Ausrichtung des farbenfrohen Fests zum ersten Mal. Also Mega Meditalis stand ja schon wohl fest, dass das jetzt nächstes kommt. Hat ja schon jeder prediktet. Ich freue mich immer über ein neues Mega Pokémon, egal ob das gut oder schlecht ist, weil ich dann gerne natürlich einen Community Raid mache zur Ankunft, um das zu empfangen, euch mitzunehmen. Möchte ja dann immer einen 100er und einen Shiny entwickeln, ein männliches und ein weibliches entwickeln. Möchte meistens am ersten Donnerstag immer Mega Raids für Zuschauer machen mit diesen Pokémon, weil so schnell frisch wie das da ist, so schnell ist es auch wieder alt und keiner hat mehr Bock drauf. Die meisten machen immer einen Raid und dann brauchen sie es schon nicht mehr. Das wird diesmal auch so sein. Trotzdem freue ich mich, da ich denke, dass wir am Donnerstag direkt die Zeit nutzen, um Mega Meditalis Raids für Zuschauer zu machen und dann muss man halt sehen, wie man klarkommt. Knirrfisch, kann ich gar nichts dazu sagen, weil ich gar nicht weiß, was das ist. Ihr kennt euch ja aus im Pokémon-Go-Universum. Ist der gut? Ist der nützlich? Macht man damit was oder passt er einfach nur rein, weil er bunt ist? Das wird es wahrscheinlich sein. Und woher kennt man den? Aus welchem Spiel, aus welcher Generation, aus welcher Region? Ihr könnt mich gerne aufklären. Trainer, auch dieses Jahr feiern wir wieder das Farbfestival in Pokémon Go. In diesem Jahr erscheinen zwei Pokémon zum ersten Mal in Pokémon Go. Mega Meditalis und Knirrfisch. Im Folgenden findet ihr weitere Informationen. Das Farbfestival startet am Mittwoch, dem 8. März, 10 Uhr und geht bis Dienstag, den 14. März, 20 Uhr. In letzter Zeit ist es ja leider so, dass die Raid-Bosse immer am Mittwoch wechseln. Und gleichzeitig, wie halt der legendäre Raid-Boss wechselt, nämlich von, was ist jetzt drin? Boreos auf Ho-Oh, wechselt halt dann Mega-Glurak auf Mega-Meditalis und fängt auch dann dieses Event an. Natürlich wieder 10 Uhr, das heißt ab 11 Uhr erscheinen die Raid-Bosse. Die Eier brauchen ja immer eine Stunde zum Aufgehen. Also Eier, die ab 10 Uhr erscheinen, können ab 11 Uhr aufgehen, enthalten dann diese Raid-Bosse. Freut ihr euch auf Mega-Meditalis? Ja, nein? Schreibt's mal in die Kommentare. Wie immer wird Mega-Meditalis dann als Meditalis natürlich so zu fangen sein und eben auch shiny sein können. Ist bei jedem Mega-Raid-Boss bisher so gewesen. Hab im Fanschat jetzt auch wieder eine Frage gehabt, ob Mega-Glurak im Raid dann auch shiny sein kann. Ja, natürlich. Es gab bisher noch keinen Mega-Raid, der nicht shiny sein konnte, wenn man ihn im Raid besiegt. Weil gefühlt wird durch das Stellen in die Mega-Raids das freigeschalten, dass die dann auch sogar in der Wildnis schillernd sein können. Beim letzten, den wir hatten, den gab es vorher nicht in der Wildnis shiny, aber dadurch, dass der Mega-Raid dann shiny sein kann, konnte der auch in der Wildnis dann shiny sein, wenn ihr die Weiterentwicklungen findet oder fangt. Kann man irgendwie immer so zusammenwühlen, wird alles immer so eingeführt. Knirrfisch erscheint zum ersten Mal. Das Knirschzahn-Pokémon Knirrfisch erscheint zum ersten Mal im Pokémon Go. Knirrfisch. So, sieht total hässlich aus, muss ich sagen. Hätte aber auch irgendwie zum Valentins-Event gepasst. Hat hier irgendwie so einen richtig dicken Kussmund mit Herzform und ist bestimmt total unnütz, glaube ich dran. Vielleicht ein Hunderler auf Level 50 Puschen für Max on Monday, aber da habe ich eigentlich so viele andere Sachen gerade, die wichtiger wären. Und dieser unbedeutsame Fisch, naja. Festliche Farben, haltet an Pokestops die Augen offen. Dort wartet eine farbenfrohe Überraschung auf euch. Klingt ja so, wie an Halloween wurden ja die Pokestops geschmückt, da lagen lauter Kürbisse da rum, die Laternen gefühlt waren im Spiel, Laub herbstlich alles dekoriert. An Weihnachten war das auch dekoriert, die Pokestops sahen anders aus, überall Schneematsch und so. Das fand ich cool. Das heißt, auch hier wird wieder dem Auge ordentlich was geboten, dass ich dieses Fest dann abhebe vom restlichen Spiel. Eventboni. Während des Events aktivierte Logmodule halten drei Stunden lang an. Das ist auf jeden Fall krass. Vielleicht ist es bis dahin schon wieder ein bisschen wärmer, dass man schöne Logmodul-Sessions machen könnte mit Freunden, wenn man welche hat. Also Logmodule und Stops und Freunde. Also alles ist total traurig, weil es kann an allen drei Dingen scheitern. Macht während des Events jeden Tag ein paar Schnappschüsse. Vielleicht passiert dann etwas Überraschendes. Was passiert Überraschendes? Farb-Igel kann aus den Fotobombs kommen und kann eben in diesem Event auch wieder shiny sein. Anders als viele andere Sachen, anders als viele andere Sachen, die shiny eingeführt werden, verschwindet Farb-Igel nämlich als shiny Variante wieder nach. Solchen Events kann nicht shiny sein. Das ist wie mit Meltan oder Meltan-Box. In einem Event kann es shiny aus der Box kommen. Außerhalb des Events könnt ihr das nur normal bekommen, aber nicht shiny. Und bei Farb-Igel ist es auch so, im Event jetzt kann es wieder shiny sein. Wer also noch kein shiny Farb-Igel hat, das ist zwar nicht neu, wäre aber ein begehrtes Ziel, das hier zu bekommen. Das Freundschafts-Level steigt doppelt so schnell. Das ist meistens ein Problem. Viele wissen nämlich gar nicht, wo man sieht, wie weit der Level ist. Und wann man aufsteigt, vermasseln das immer. Die anderen sind dann immer sauer. Dann gibt es immer Krieg. Jetzt wisst ihr, wie das also entstanden ist. Und jetzt, wenn das doppelt so schnell geht und manche achten da nicht drauf, denken, ach, da steht noch zwei. Da mache ich es heute auf. Und dann warte ich und wundern sich, hä, da stand noch zwei. Jetzt ist es auf. Also wer da Wert drauf legt und die anderen nicht vom Kopf stoßen mag, ab Mittwoch 10 Uhr bitte mal drauf achten, dass das halt immer gleich zwei Interaktionen mit einmal hat. Wenn ihr schön, froh und zusammen und so weiter. Dann gibt es wieder eine Sammelherausforderung. Beim Abschließen gibt es 20.000 EP und ein Logmodul, was ja dann drei Stunden geht. Frage ist natürlich, halten goldene Logmodule dann etwa auch drei Stunden? Da könnte man ja richtig krass, als wenn man eins hat und einen Stopp und noch mehr, könnte man ja richtig krass Münzen farmen für Gierespenst. Dafür würde sich dieses Event wahrscheinlich eignen. Wilde Pokémon. Was erscheint jetzt? Was ist sinnvoll? Paras, Krabi, Smogon, Natu, Wohingenau, Potrot, Winguel, Burmi. Alle drei Formen. Kann alles shiny sein. Und dann noch Skungapu und Knirrfisch. Paras gibt mega viel Sternenstaub. Freuen sich die Leute immer drüber. Krabi ist ein solider Wasserangreifer. Wenn ihr jetzt gerade kein Geogrim-Team habt, könnt ihr damit auch gut Schaden machen. Wohingenau? Setzen viele in den Arenen und ärgern andere Leute. In Hüttburghausen. Potrot ist ganz cool. Wer da das shiny noch nicht hat, aber ist jetzt auch nichts Neues. Und die Burmi, mit denen macht man eigentlich gar nichts. Knirrfisch halt neu. Aber wie gesagt, denke ich nicht, dass das was Nützliches ist. Mit etwas Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon. Schlurp und Galler, Zickzacks. Was wird jetzt mein Highlight sein? Wahrscheinlich Paras wegen dem Staub. Ansonsten bräuchte ich davon jetzt eigentlich nichts. Shinies sind da. Vielleicht ein paar Knirrfisch XL sammeln. Und das war es auch schon wieder. Raid-Kämpfe. Gibt es was Gutes im Einer-Raid? Wir haben Siao, Wuffels, Castella, Knirrfisch. Würde ich jetzt keinen Raid-Pass für Knirrfisch ausgeben, wenn es den auch in der Wildnis gibt. Castella gab es auch schon wild. Würde ich nicht machen. Wuffels und Siao wären welche. Die könnte man also entweder brüten oder jetzt hier in den Raids, wer da noch ein Shiny braucht, könnte. Aber vielleicht kriegt Wuffels ja auch einen Sea-Day, so wie Shinux. Und vielleicht auch wie Click und wie alles andere. Also übertreibt es nicht. Außer ihr mögt dieses Pokémon wirklich so enorm, dass ihr dafür Geld ausgeben möchtet. Raid-Kämpfe Stufe 3. Kokowai, Alola Kokowai, Frigometri, Shadrago. Shadrago weiterhin nur aus Raids. Auch nicht in Eiern oder so. Wer da noch kein Shiny hat, könnte auch hier Raid-Pässe investieren. Warum Alola Kokowai Shiny sein kann, aber das Kokowai nicht, weiß ich nicht. Macht für mich auch keinen Sinn. Aber gab es ja auch zu diversen Events in der Wildnis. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt raiden. Raid-Kämpfe Stufe 5. Ho-Oh. Und das ist was richtig Geniales, denn war schon lange nicht mehr da. Mein Bestes ist ein 98er. Shinies habe ich, alles habe ich hin und her. Lugia habe ich als 100er. Ho-Oh habe ich nicht als 100er. Ich würde also bei Ho-Oh wieder versuchen, vermehrt Raids zu machen. Auch am Wochenende Raids für Zuschauer. Wohl selber ein bisschen mitmachen. Mich auch selbst mit einladen, denn da möchte ich unbedingt endlich ein 100%iges haben. Also Mega Meditalis im Mega-Raid. Haben wir ja oben ausgiebig besprochen. Kann man ein, zweimal machen für ein bisschen Energie, das mal durchentwickeln. Aber ansonsten freuen sich die Leute wahrscheinlich mehr auf Ho-Oh. Das ist trotzdem ein cooles Pokémon. Gibt es ja auch schon in der, äh, nicht Krypto, sondern, wie heißt das andere? Äh, Apex. In der Apex-Krypto-Variante, was noch stärker und brutaler ist. Und das alleine müsste man schon einfach auf 50 ziehen. Das Apex-Ho-Oh. Muss auf 50 bei jedem. Egal wie die IVs sind. Wer irgendwas cooles braucht, gönnt euch das. So, Pokémon bei Feldforschungen. Alola, Slimer, Formio, 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 Formio. Burmi, Burmi, Burmi. Choreiogl, 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 Choreiogl. Ja, es sind natürlich wieder unterschiedlich verteilt. Sind ja regional. Gibt es aber eh nicht als Shiny. Die Burmis haben ja oben auch Wild. Alola, Slimer, weiß ich nicht. Warum der jetzt hier so rumhängt. Und dann die vier Formios. Ich habe mittlerweile jetzt alle vier verschiedenen Formen in Shiny. Danke an Garados Pro. Von dem gab es das Schnee-Formio letztens nämlich noch. So ist die Sammlung jetzt komplett. Ansonsten hier Feldforschungen. Für mich eigentlich auch nichts dabei. Und dann gibt es noch eine neue Pose. Die Farbwurf-Pose. Wo ihr seht, da wird hier die Farbe genommen, in die Luft geschmissen. Oh mein Gott, aber... Ja... Müsste man kaufen, oder was? Warum kann man die sich nicht aus einer Spezialforschung verdienen? Das wäre richtig cool. Da würden alle das auf jeden Fall feiern. Ansonsten war es das mit dem Event. Alle Infos dazu, meine Meinung dazu, meine Ziele dazu. Und eure Ziele könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramse. So neulich noch ein schönes Wochenende. Morgen am Sonntag gibt es nämlich 10 bis 15 Uhr Raids für Zuschauer. Mit Boreos, aber auch Wunschraids. Wenn ihr noch einen Mega-Glurak braucht oder so, kommt rein, macht mit. Und wer es nicht gesehen hat, guckt sich noch den 1 Stunde Movie an von gestern. Höhentour München-Flog. Das war richtig cool. Hat mir Spaß gemacht. Pupsi dabei, Hannes dabei, Schenaya dabei. Wir haben zwei Geburtstagskinder getroffen mit Bierflaschen in München. Und Mary war auch dabei als Überraschungsgast. Deswegen schaut doch mal rein. Wir sehen uns morgen. Peace out, Vorhaut. Euer Ramse.